Nummer 7. Es besteht aus PVC und kann auch auf der Terrasse aufgestellt werden. Das geneigte Dach besteht aus einem technischen Material, das Stärke und Leichtigkeit vereint. Der Schuppen wird mit einem selbstnivellierenden Boden und einem Einfahrtsboden aus modularen Fliesen 40x40 aus Harz und Recyclingholz geliefert. Es ist mit Lamellenperlen versehen, die die Verwendung von spezifischem Zubehör wie Haken und Regalen ermöglichen. Die Tür mit Fenster und Riegel vervollständigt ein funktionelles und elegantes Design. Die Struktur erfordert keine Wartung und keinen saisonalen Anstrich. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 6. Dieser Gartenschuppen eignet sich für vielfältige Nutzungen im Garten, auf Rasenflächen oder in anderen Außenräumen. Er eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Gartengeräten, Fahrrädern, Gegenständen aller Art und kann in den Sommermonaten auch als Gartenhäuschen zur Entspannung genutzt werden. Hergestellt aus hochwertigem, imprägniertem Holz, ist es widerstandsfähig, verrottet nicht und langlebig. Das mit Teerpappe gedeckte Holzdach ist wasserdicht. Es ist leicht zu montieren und verfügt über ein 40 x 40 cm großes Fenster, durch das natürliches Licht einfallen kann. Die Tür lässt sich leicht schließen und mit einem Schloss verriegeln. Seine Gesamtabmessungen betragen 200 x 150 x 210 cm. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 5. Dieses praktische und geräumige Häuschen ist aus Stahlblech und Polypropylen gefertigt. Es ist leicht, aber robust, wetterfest und wetterbeständig. Es ermöglicht die sichere Aufbewahrung von Gartenwerkzeugen, schützt sie vor Verschleiß und Rost und erweist sich auch als nützlicher Lagerraum im Freien. Es ist einfach und schnell zu montieren und wird komplett mit vier Fenstern geliefert. Seine Außenmaße betragen 213 x 127 x 185 cm, die Innenmaße 203 x 117 x 185 cm. Die Schiebetür misst 96 x 152 cm. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4. Mit seinem besonders gepflegten Design verleiht dieses kleine Haus jeder Ecke des Gartens einen Hauch von Eleganz. Sie garantiert eine optimale Belüftung dank des Fensters über der Tür und den großen Seitenfenster, die auch natürliches Licht hereinlassen. Seine Platten sind wetterfest und UV-beständig. Es wird komplett mit einem Boden geliefert, der vor Schlamm und Regen schützt. Es ist mit einem Sicherheitsschloss mit Stahlgriff und Vorhängeschloss ausgestattet. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 3. Sie bietet ausreichend Platz für die Aufbewahrung von Gartengeräten oder anderen Gegenständen, die keinen Platz in der Garage finden. Das Dach ist mit Teerpappe gedeckt und hat auch eine leichte Neigung, um den Wasserfluss zu erleichtern. Die Struktur ist aus massivem Kiefernholz gefertigt, um Stärke und Haltbarkeit zu garantieren. In der Garderobe gibt es links drei Fächer und rechts einen großen Stauraum. Seine Abmessungen betragen 56 x 75 x 117 cm. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 2. Dieses kleine Haus aus verzinktem Blech ohne Sockel ist mit einer doppelten Schiebetür ausgestattet. Es eignet sich ideal als Lagerraum, zur Aufbewahrung von Gartengeräten und zur Rasenpflege, um die vorhandenen Räume zu organisieren oder ihn zu einer kleinen Werkstatt zu machen. Das geneigte Dach garantiert eine gute Dichtigkeit. Die Struktur ist mit Belüftungsöffnungen ausgestattet, um einen guten Luftstrom und Luftaustausch zu gewährleisten. Die verschiedenen Teile werden unmontiert versandt. Auch ohne Sockel ist die Struktur nach dem Zusammenbau stabil. Maße 193 x 152 x 203 cm. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Es handelt sich um einen Geräteschuppen aus massivem, imprägniertem Kiefermassivholz, schimmelresistent und sehr langlebig. Das mit Teerpappe gedeckte Holzdach ist wasserdicht. Er misst 200 x 100 x 210 cm und die Tür hat eine Höhe von 176 cm. Es ist eine ideale Lösung für die Aufbewahrung von Gartengeräten und Rasenpflege sowie all jener Gegenstände und Zubehörteile, die zu Hause oder in der Garage keinen Platz finden. Dank des mitgelieferten Schlosses lässt sich die Tür auch leicht verschließen. Seine Struktur ist leicht zu montieren. Es hat keinen Boden, daher ist es eine gute Idee, es mit einer ebenen Oberfläche auszustatten. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Das ist eine gute Idee, wenn Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Das ist eine gute Idee, wenn Sie auf den Link in der Beschreibung klicken.